Ich sag's ganz ehrlich, ich hab was machen lassen. Eine kleine Kleinigkeit und auch ein paar große Kleinigkeiten. Aber es sieht gut aus, oder? Ich habe kein Problem damit, das zuzugeben. Womit ich aber ein gigantisches Problem habe, ist, stundenlang bei meinem Arzt in der Warteschleife zu hängen, bis ich endlich einen neuen Termin bekomme. Und dann dieses ewige, können Sie da? Nein, da bin ich auf Sylt. Schrecklich. Oder noch schlimmer, ich bin nachts unterwegs und merke plötzlich, wie mein Lächeln nachlässt und brauche schnellstmöglich eine neue Sitzung. Aber man erreicht niemanden. Sehe ich aus, als interessierten mich Öffnungszeiten, ich bin eine High-Class-Lady. Und dasselbe erwarte ich auch von meinem Doc. Also Klartext. Ich möchte meine Termine rund um die Uhr online buchen können. Ich möchte diskret und ohne lästige Wartezeit vorbeikommen und am Ende haben alle ein Lächeln im Gesicht. Ich meine, wer keine schöne Website baut, den lasse ich doch auch nicht an meinen Körper ran. Können Sie Freitag um drei? Nein, da ist Tennis. Um vier? Nein, da ist Pilates. Um eins? Nein, da ist Sektfrühstück. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020